komm wir fahren nach amsterdam servus massey euer street fotograf fotograf aus leipzig und ja da war ein kleiner kurzurlaub angesagt und zwar nach amsterdam fünf tage insgesamt unterwegs und wie das ganze ablief das erzähle ich euch jetzt mal zunächst erstmal hingefahren sind wir wirklich mit dem auto also rein von der fahrzeit schon sechs stunden mit pausen eingerechnet waren wir neun stunden unterwegs kann sich schon lohnen aber ich sag mal zu kleinen spartipps komme ich später noch dann haben wir so ein kleines airbnb besorgt uns da ein bisschen eingenistet und dann halt dreimal hintereinander ein nach amsterdam stadt begutachten und bisschen was erleben und natürlich ein bisschen was essen gehen und schließlich dann wieder zurück was wir erlebt haben unter anderem erstmal die stadt selber sehr voll vor allem mit viel fahrrädern schön vorsichtig dort autofahren da drin macht nicht wirklich spaß und ansonsten auch viele leben die man auch hier in deutschland natürlich kennt sehenswürdigkeiten die wir dort uns angeschaut haben waren unter anderem zb das moko museum eine sehr geile location die ich auf jeden fall empfehlen kann das ist im prinzip eine ausstellung für ich sag mal mehr oder minder urbane künstler und abstrakte künstler würde ich vielleicht auch nennen die kann ich euch leider nicht zeigen zum einen weil es nicht erlaubt war zum anderen weil man das schon wirklich selber sehen sollte was ich zeigen kann war so dass der letzte abschnitt von dem museum nämlich so eine art kleine selfie kabine unter anderem ein kleines spiegel kabinett sag ich mal also ihr kommt dort in den raum rein alles voll mit spiegeln deswegen seht ihr euch gleich ein paar mal mehrfach dann eine weitere kabine die voll mit kissen im prinzip im prinzip aus kissen wänden bestand was auch eine coole idee und schließlich noch mal ein spiegel kabinett wo aber so kleine diamantketten drin hingen alles in allem sehr coole kleine ecken gewünscht hätte ich mir vielleicht noch ein zwei mehr räume das war dann leider doch recht kurz aber man konnte doch schon noch ein weilchen verweilen sah wie gesagt auch sehr spannend aus und ich sag mal für porträts auch eine geile idee dann haben wir uns eine grachtenfahrt und zwischendurch gegönnt die pallenköckenfahrt bzw auf dem pallenköckenbrot waren wir also im prinzip eine reine pfandkuchenfahrt gefahrt einmal über den kanal lang bei amsterdam am hauptbahnhof und könnt dort so viele eierkuchen essen wie ihr wollt und ja das habe ich aber so viel habe ich dann auch nicht geschafft und für diese fahrt habe ich ebenfalls ein kleines spazip später für euch spaß das gemacht und essen war ganz gut mir persönlich hat so eierkuchen apfelmus gefehlt das verstehe ich gar nicht was soll das aber sonst auch schon ganz nett zwischendurch kommt man natürlich was es auch in absatz am einiges gibt die kleinen ganzen kleinen oder sagen wir ja lange straßen märkte das sind echt ganze straßen komplexe wo die ich sag mal aufgebaut sind auch sehr geil jeder könnte ja auch lecker ist und haben ähnchen flügel habe ich mir gegönnt und was natürlich auch ganz beliebt ist und weit verbreitet ist in amsterdam die ganzen strob waffeln mit karamell bezogen oder bedeckt und zusammengelegte waffeln halt und kermotten und kleinigkeiten accessoires noch gibt es natürlich auch weil es aber nicht so mein fall das letzte highlight nehmen natürlich amsterdam selber was man halt sehen konnte war der adam tower ein ziemlich hoch angesetztes gebäude in amsterdam was am kanal steht was mal soweit ich das jetzt mitgekriegt hatte von der schelten stelle einmal als konzern filiale genutzt wurde also für zentrale besser sagt und schließlich irgendwann auch von der musikindustrie aufgekauft wurde wo es nicht mehr gehalten wurde und dann richtig coole ich sag mal büro party und ist dann ok schon kann man es nennen ein sehr geiles ding alleine mit dem aufdruck getauch zu fahren war schon ein erlebnis und in dem gebäude selber gesagt bürokomplexe gibt es gibt kleine party areale der ganze obere das ganze die ganze aussichtsplattform wird ebenfalls ein party areal in manchen zeiten und dann könnt ihr auch noch eine runde schaukeln gehen wenn ihr wollt und zwar über die kante der aussichtsplattform hinaus spannend also kann man auf jeden fall bitte auf jeden fall empfehlen allein schon wegen der aussicht noch einige mal die stadt hingesehen wir hatten ja ordentlich zeit dafür wobei man sagen muss drei tage das geht dann auch schneller rum als man denkt und schließlich ist er auch wieder zurück noch mal neun stunden unterwegs wichtige frage street fotografie in amsterdam geile idee macht das mit ich hatte zwar nur den vormittag aber ich sag mal drei bis vier stunden sind auch schon was man mitnehmen kann mit dabei hatte ich in dem falle das 11 mm titi artisan fisheye sehr zu empfehlen also generell was weitwinkliges ist in amsterdam sehr zu empfehlen denn allein die architektur ist echt spannend gerade wenn du zum beispiel gebäude sie ist die zwei geteilt sind sag ich mal unten gerade anfangen und dann ein stück versetzt nach oben weitergehen zweites was ich mit hatte war stichwort weitwinkel das kleine tambor 20 bis 40 ich wollte nicht allzu viel mitnehmen ich bin dann trotzdem bei drei objektiv hängen geblieben aber das 20 40 wäre so mein eine meiner beiden festen wahlen gewesen wenn ich wirklich nicht oder noch weniger hätte mitnehmen wollen das letzte was noch war ist das meike 50 mm 1 8 habt euch das habe ich mir jetzt mal vom tobio ausgeliehen da kann auch mal dafür ist ein nettes kleines 50 mm und wenn ich dazu mal ein ausgiebiges review machen soll haut es gerne in die kommentare hat sich da auch ganz gut gemacht was in dem moment leider nicht da hatte was ich gerne mitgenommen hätte wären 85 und zwar zum beispiel das sigma 85 1 4 ich glaube damit hätte ich dort ein paar richtig geile porträts auch reißen können weil allein schon die menschen sind auch spannend sag ich mal da findet ihr auch von allem was ansonsten wie sagt architektur die ganzen kanäle bieten sich an für bilder und ihr habt auch viele kleine details gesagt mit dem fischer zum beispiel da findet ihr richtig viele möglichen richtig viele möglichkeiten um vielleicht noch andere objekte und personen zum beispiel auch einzuhaben wie zum beispiel ein straßengeländer sag ich mal wo ich die personen eingerahmt habe also ihr könnt euch in amsterdam schon echt austoben aber auffassen solltet ihr wie gesagt fahrräder und autos und gucken jetzt haben wir noch fünf kleine tipps für euch wie ihr in amsterdam noch ich sag mal ein bisschen ärger vielleicht und auch ein bisschen geld sparen kennt tipp nummer eins sucht euch nicht unbedingt hotel in der stadt sage ich mal so guckt auch ruhig außerhalb da habe ich noch ein zwei tipps denn da könnt ihr auch noch mal eine ordentlich geld sparen weil wie sagt hotels in der stadt wir hatten selber wie sagt ein airbnb ein stückchen außerhalb und das konnte man sehr gut nutzen denn tipp nummer zwei fahrt nicht mit dem auto in die stadt lohnt sich nicht lohnt sich nicht es ist erstmal knackevoll ihr kommt gefühlt kaum vorwärts weil ich sag mal wo ihr in deutschland vielleicht überall autoschlangen habt habt ihr in amsterdam vor allem fahrrad schlangen und dann kommen noch die fußjäger zu also wie gesagt parken und fahren mit dem auto in amsterdam das macht nicht wirklich spaß wir sind nur einmal kurz rein gefahren um ich sag mal tipp nummer 13 ich gleich noch zu kommen ja eine halbe stunde haben vielleicht am hauptbahnhof geparkt genommen dafür schon zehn euro bezahlt also richtet mal hoch das lohnt sich nicht macht das nicht und ein bonus tipp übrigens noch tankt auch nicht in amsterdam tankt am besten wenn ihr reinfahrt mit dem auto kurz vor der landesgrenze wir haben dafür 1,67 noch mal vollgetankt und sobald wir über die landesgrenze waren gingen die preise schon auf über 2 euro und 2,20 war so der peak in der stadt wie gesagt außerhalb mit autobahn und co noch mal höher und im durchschnitt wie gesagt hat sich bei zwei euro eingependelt und ja 30 bis 40 cent pro liter sparen das kann sich schon lohnt mal mit reinfahren und wieder rausfahren habt ja eigentlich nur so 400 kilometer vielleicht die ihr verballert also tankt nicht in amsterdam macht das nicht tipp nummer drei besorgt euch entweder in der stadt oder vorher eins von einer von diesen tourist travel cards gibt es einmal für nur amsterdam also wenn ihr doch irgendwie was günstiges in amsterdam gefunden habt ist das schon mal eine gut auf jeden fall eine gute option da habt ihr dann die metro die straßenmann und die busse die ihr nutzen könnt oder wenn ihr halt was außerhalb gefunden habt nimmt das amsterdam und region travel ticket da habt ihr natürlich noch die ganzen kleinen bahnhöfe für die ganzen randgebiete von amsterdam sag ich mal das kann man macht mit dem auto besser schneller gewesen und mit dem auto hätte man ein park and ride platz nehmen ist und dann hätte man auch muss reinfahren müssen also kann man sich sprit und nerven sparen wie ich ja mit tipp zwei schon erwähnt habe tipp nummer vier aufpassen mit ihm ist mit auf jeden fall mit offenen augen und nicht unbedingt mit dem auge auf dem handy oder so durch amsterdam laufen denn da sind eine menge radfahrer unterwegs und wenn ihr nicht aufpasst fahren ihr gerne über den haufen ist uns glücklicherweise nicht passiert aber es waren schon ein paar knappe situationen dabei und tipp nummer fünf bei lebensmitteln sage ich mal aufpassen wo ihr einkauft wir haben zum beispiel für ein kleines abendessen im airbnb teilweise 35 euro bezahlt was in deutschland vielleicht bei der hälfte gewesen wäre holler die waldweg und auch stichwort zum beispiel krachten fahrt die panen gucken bot da haben wir für getränke was immer so 0,2 liter fläschchen waren durchschnittlich gute 4 euro bezahlt wenn es hoch kommt haben wir also für ein bis 1,2 oder 4 liter getränke 22 euro bezahlt und gleichzeitig kamen auch noch steuern oder taxes dazu ich weiß nicht wofür es war auch pro person 2,50 wir waren zu viert also 32 euro für gerade mal 1,2 oder 1,4 liter holt euch ein zwei liter flaschen vor der fahrt und dann könnt ihr da zum beispiel gehen und auch ansonsten wie gesagt in den lebensmittelmärkten und co da gibt es teure und günstige wie hier in deutschland aber generell ist es ein bisschen teurer als in deutschland fand ich mein Fazit zu amsterdam das ist eine stadt die sich auf jeden fall lohnt haut ihr auch gerne mal in die kommentare ob ihr schon in amsterdam wart ob es vielleicht irgendwelche locations events und einfach sehenswürdigkeiten gibt die ich gar nicht mitgenommen habe ich muss natürlich sagen in drei tagen kann man einfach nicht alles sehen ist klar aber ich sag mal wahrscheinlich für einen reinen fototrip noch mal nach amsterdam kommen deswegen gerne in die kommentare wie eure erfahrungen mit amsterdam sind falls ihr da schon wart oder falls noch nicht und vielleicht falls noch nicht was vielleicht eure reiseziele wären wo man auch mal einen kurzurlaub machen könnte wäre interessant zu sehen schreibe ich mir gerne auf somit sind wir schon am ende des videos angekommen wenn es euch gefallen hat ihr wisst bescheid haut gerne ein like und ein abo raus und noch ein knöpfchen auf die glocke dann wisst ihr bescheid wenn ein neues video rauskommt wie zum beispiel auch das dritte noch von der astriktrunde in amsterdam das markiere ich euch mal noch hier falls es soweit ist oder sonst würde ich mich wie gesagt für dieses video verabschieden und würde sagen geht raus probiert euch aus und wir sehen uns im nächsten bis dann